Jo Leute, wir haben uns gerade getroffen und der Fabi hat euch was mitzuteilen. Genau, wir haben nämlich von uprinting.de so Freestyle Kicker-Sticker gekriegt. Könnt ihr euch mal anschauen hier. Abonniert die Freestyle Kickers, hier noch mit unserem Logo drauf. Eine ganz coole Sache und die werden wir jetzt auf jeden Fall mal in der Stadt hier verteilen. Wenn ihr einen seht, schreibt es mir in die Kommentare, wäre eine coole Sache und jetzt viel Spaß beim kurzen Einblick. Viel Spaß! So Freunde, der erste Sticker hier, ganz klar, geht natürlich an mein Auto. Da klebt das Ding! So Leute, heute erfolgreich, Sticker verteilt sind schon wieder alle leer, alle einfach nur leer. Wir waren so erfolgreich. Genau, morgen geht es weiter mit dem Sticker verteilen und wenn ihr die seht, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Danke an uprinting und jetzt sind wir raus. Vielen Dank! Ciao! Ciao! TV